Hallo, hier ist Christine aus der EMS-Lounge. Ja, wir sind super happy, denn wir können jetzt wieder EMS-Training starten, ganz normal. Aber es gibt ja auch noch einen zweiten Punkt, nämlich die Ernährung. Da haben wir uns überlegt, wir bieten ein Webinar an, 45 Minuten, kostenfrei, am 17.03. Dafür haben wir Christa Hackl gewinnen können. Sie ist Ernährungsexpertin und zeigt uns ein bisschen die Tricks der Lebensmittelindustrie und stellt uns ihr acht Wochen Online-Abnehmprogramm vor. Dann ist noch ein bisschen Zeit bis zum Sommer, um die Lockdown-Funde endlich ein bisschen runterzukriegen. Also gesunde Ernährung, die funktioniert. Wir arbeiten seit knapp zwei Jahren mit Christa, haben 100% Erfolgsquote. Also wir können es wirklich guten Gewissens empfehlen. Probiert es aus, meldet euch zum Webinar, macht euch schlau. Wenn ihr mehr Infos vorher wissen wollt, ruft uns einfach an oder schickt uns eine E-Mail. Wir geben gerne nochmal Auskunft über das Webinar und wie das Ganze abläuft. Also ich wünsche euch was und wir sehen uns hoffentlich am 17.03. Bis dann. Ciao. Eure Christine.